was gibt es für alternativen für milch wenn es nicht hafer oder mandelmilch zum beispiel sein soll das eine echte patientenfrage aus meiner praxis ich bin die rose fröhlich für alle die mich noch nicht kennen wer mehr wissen will also denkt dran folgt mir ihr wisst alle wie das funktioniert und gucken wir mal rein was die fragestellung war also welche alternativen gibt es immer für die milch also die leute die laktoseintoleranz haben und vielleicht auch die laktosefreien produkte die übrigens nicht laktosefrei sind nicht vertragen ist häufig immer die frage was können die eventuell nutzen wenn es keine haferdrink oder keine manche sagen ja hafermilch bzw darf es ja nicht milch nennen auch keine mandeldrinks sein sollen an der stelle gibt es die möglichkeit dass man sofern man es mag geschmacklich mag kann man in die menge sahne wasser gemisch gehen das würde bedeuten dass man eins zu eins das mischen kann das heißt ein anteil normale sahne und ein anteil wasser solange man natürlich nicht empfindlich auf die sahne reagiert das mal vorausgesetzt für alle die die eventuell sehr empfindlich sind können bei sahne und der des enthaltenen mich sogar eventuell auch reagieren aber wer es gerne nutzen möchte ich selber habe ja köchengelernt und wir nutzen gerne sahne weil sie einfach hitze stabil ist ihr könnt natürlich auch sahne wasser gemisch einen höheren anteil an wasser machen also ein teil sahne und zwei teile wasser damit der fettanteil reduziert übrigens das was man kaufen kann und sich ganz häufig kochsahne nennt ist nichts anderes müsst ihr einfach mal die verpackung ansehen umdrehen und was steht da gutes drauf da ist drin sahne wasser in diesem falle wir sparen alle ja gerne geld könnt ihr kochsahne auch selber herstellen ja ich wünsche euch jetzt mit dem tipp viel spaß beim ausprobieren liebe grüße wer in die ernährungsberatung will gerne bei uns melden wir sind ja von den krankenkassen komplett zugelassen das bundesweit und ich freue mich auf euch liebe grüße tschüssi